Jetzt sehen Sie hier ein PowerPoint geöffnet und sind vielleicht ein bisschen überrascht. Aber das ist natürlich auch noch etwas, was man mit diesem Plugin machen kann. Ich kann PowerPoint-Präsentationen so in InDesign übernehmen. Was heisst das? PowerPoint, dann Ablage, sichern unter, mache das mal auf meinen Schreibtisch und sage hier, ich möchte ein PDF. Das ist exportiert. Jetzt gehen wir hier auf den Schreibtisch, das haben wir hier. Jetzt habe ich diese Seiten ebenfalls. Gehe hier ins InDesign. Mag zwar PDF to DTP konvertieren. Ich wähle das aus, Schreibtisch, dann das PDF der Blinde. Ich öffne das. Er konvertiert mir die acht Seiten. Und auch so haben wir das. Wir haben es auf den einzelnen Seiten. Das funktioniert. Jetzt gehe ich nochmal auf die erste Seite, schaue mir das an, auf die zweite Seite. Sehen Sie, was hier passiert. Aber das ist ja nicht ein grosses Problem. Also, ich kann natürlich das Ganze hier abändern in irgendeine andere Schrift. Nur, was Sie bedenken müssen, ist folgendes. Diese Sachen hier, das sind Bilder, die geändert wurden vom Schatten. Natürlich können Sie im InDesign einen neuen Schatten machen. Das kennen Sie mit den Effekten. Und so das ändern. Sie können auch die Farbe ändern, selbstverständlich. Die Farben kommen mit. Ich kann das ändern. Ich kann mir da weniger Rot oder mehr Rot hineinnehmen. So funktioniert das. Oder blauer machen. Und so können Sie das ändern. Also, so können Sie natürlich auch Powerpoint-Präsentationen editierbar ins InDesign übernehmen. Und diese dort ergänzen oder qualitativ auch ein bisschen besser machen. Wenn Sie das müssen. Also, nochmals. Öffnen Sie die Powerpoint-Präsentation. Ablage sichern unter. Als PDF. Dann ins InDesign. Über Markzwar PDF2.ttp. Konvertieren Sie das PDF in ein editierbares InDesign-File. Und Sie können auch solche Files editieren. Und im InDesign hoffentlich auch noch ein bisschen schöner machen. Und im InDesign-File. Und im InDesign-File.